Ale, 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 Ale Nicht mehr lange bis zum ersten Spieltag der zweiten Bundesliga. Die startet ja, glaube ich, zwei Wochen vorher als die Bundesliga. Und ich habe mir einen speziellen Gast eingeladen, den Tobi Braun, weil bisher seine Vorsagen immer mit die besten waren. Deswegen, glaube ich, ist die Saisonvorschau-Folge genau die richtige für dich. Ja, hallo, servus. Ich werde mir Mühe geben. Ich bin mir nicht sicher. Hast du letztes Jahr den Aufstieg auch vorher gesagt? Das weiß ich gar nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Also das wäre schon eine sehr mutige Aussage gewesen, glaube ich, mit dem großen Umbruch. Das habe ich mich, glaube ich, nicht getraut. Wie bist du Stand jetzt mit Vorbereitung und Kader zufrieden? Ein kurzes Vorfazit. Also ich bin tatsächlich sehr zufrieden. Ich bin ein bisschen überrascht, dass unser Kader tatsächlich schon fertig ist. Ich glaube, wirklich bis zum Trainingsauftakt ist er ja gestanden. Und das hatten wir, ich glaube, ich kann mich überhaupt gar nicht erinnern, dass wir das jemals hatten. Ich glaube, letztes Jahr auch. Ich glaube, Bayern Lortz war letztes Jahr auch ziemlich schnell fertig. Vielleicht passiert da noch was, aber wenn, dann nur Kleinigkeiten und so diese typischen Sachen kurz vor Schluss des Transfermarktes. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Kader, sagen wir zu 98 Prozent. Und mit der Vorbereitung, glaube ich, kann man auch zufrieden sein. Es gab keine schlimmeren Verletzungen, außer Christian Schmidt jetzt. Ist natürlich privat für ihn mega beschissen, wünscht man keinem. Sportlich allerdings natürlich auch zu verkraften. Das muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen, auch wenn es mir für den Jungen natürlich mega leid tut. Aber ich bin sehr zufrieden und freue mich auf den Saisonstart. Ja, da sagst du was. Ich würde sagen, so das erste Thema ist so ein bisschen Vorbereitungsspiele mit Kaderbeobachtung. Wie haben die Spieler da performt? Wir haben jetzt beide nicht alles gesehen, sondern halt auch eher mit Live-Ticker. Aber ich war bei dem Kickers-Turnier und du hast das Spiel in Ältersdorf gesehen. Von Dynamo Dresden haben wir ein bisschen die Eindrücke aus dem Discord und aus dem Live-Ticker. Und ich finde, gegen Dresden ist irgendwie am wichtigsten, dass du nicht untergegangen bist. Sonst wäre so ein bisschen die Stimmung im Keller gewesen, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Aber ansonsten immer wieder der Disclaimer. Ja, die Ergebnisse sind Schall und Rauch in der Vorbereitung. Ja, Schall und Rauch für die Trainer vielleicht. Ich glaube nicht, dass sie 100 Prozent egal sind. Aber natürlich sind andere Dinge wichtiger. Aber für die Stimmung im Umfeld ist natürlich wichtig, wie so ein Testspiel auch ausgeht. Ich meine, so dieses letzte Spiel, so diese Generalprobe, ist ja von der Mannschaft her immer auch so ein bisschen so ein kleiner Fingerzeig, in welche Richtung es sehr wahrscheinlich gehen wird zur Saisonstart. Von daher, glaube ich, ist der Auftritt dieser, in Anführungsstrichen, aktuellen ersten Elf, glaube ich, schon wichtig. Und dass es auch mit einem Sieg am Ende quasi, ja, zu Ende gegangen ist, sehe ich auch positiv. Und das ist bestimmt auch für die Mannschaft ein gutes Zeichen. Und vielleicht auch der Gegner. Natürlich ist es Dresden in Anführungsstrichen nur ein Drittligist, aber eigentlich auch unsere Kragenweite. Ja, definitiv. Also die waren ja die letzten zwei Jahre nicht nur ein Drittligist. Das ist ja ein Wunder, dass die zweimal nicht aufgestiegen sind. Genau. Und ich glaube, man hat zweimal 45 Minuten, einmal 30 Minuten oder so getestet. Also so, dass jeder mal dran kam. Eine Einschätzung von dir würde ich noch gerne wissen, weil das war so ein bisschen mein Kritikpunkt auch vor der Saison, dass die Gegner vielleicht, dass da also noch eine richtige Hausnummer fehlen würde. Also keine Ahnung. Ich habe aber gehört, hätte man vielleicht auch gemacht, aber es war verdammt schwer, überhaupt jemanden wie Dynamo Dresden zu finden für das letzte Testspiel. Vielleicht hätte der Jan, wenn sich es angeboten hätte, auch noch jemand noch Besseren genommen. Aber es war wohl eher auch überhaupt schwer, überhaupt jemanden zu finden. Ja, also so ein Gegner, der auch qualitativ einfach viel besser ist, wäre vielleicht noch gut gewesen. Dresden, ich stimme dir da absolut zu, ist eher unsere Kragenweite. In der zweiten Liga werden wir aber in der Regel nur wenige Gegner haben, die wirklich unsere Kragenweite haben, sondern die sind halt häufig besser bis viel besser. Da wäre es vielleicht schön gewesen, noch so einen schlechten Bundesligisten wie Augsburg oder Mainz oder so Geschichten mal zu bekommen. Ja, aber es musste jetzt ohne gehen. Und ich glaube, dass die Mannschaft trotzdem vorbereitet ist. Ja, ich hoffe, es hören auch die ein oder anderen Sponsoren zu oder vielleicht Großsponsoren. Was ich mir mal wünschen wäre, wäre auch ein Vorbereitungsturnier in Regensburg im Jahnstadion mit einem fetten Gegner, keine Ahnung, irgendwas Kultiges wie Celtic Glasgow oder weiß ich nicht oder Pilsenbra, keine Ahnung. Also irgendwas Geiles, irgendein eigenes Vorbereitungsturnier. Und das ist natürlich nur zu stemmen, wenn jemand mal, weiß ich nicht, wie viel man da braucht, 50.000, 60.000 Euro im Anschubfinanzierung gibt. Aber ich glaube, das wäre auch mal irgendwie so ein Zeichen und das ist, glaube ich, kein so schlechter Werbeeffekt. So der Netto Cup oder der Redlinger Cup, keine Ahnung, Bischofshof Cup, wäre schon cool. Ja, die Frage ist natürlich, wie viel Strahlkraft hat da der SSV Jahn? Welcher Kultclub bis europäischer Spitzenclub? Muss man halt zahlen. Ja, klar, genau. Also das wird dann eine Frage des Geldes sein, ja. Aber ja, genau, deswegen geht das ja nur mit Sponsoren, aber vielleicht der Aufruf, ich hätte so Bock auf so eine Geschichte. Ich kommentiere auch umsonst. Ja, für nächstes Jahr vielleicht, ja. Ja, oder muss ja nicht nächstes Jahr sein, aber irgendwann wäre es schon mal wieder cool. Ich erinnere an Kult-Testspiele und ich kann auch verstehen, warum man es nicht macht, weil gegen Amsterdam waren, glaube ich, nur 2.800 Leute im Stadion. Das ist natürlich auch ein Risiko. Natürlich, absolut, ja. Soweit ich weiß, das Jahnstadion kostet natürlich auch ein bisschen was, die Tore zu öffnen, Securities und so. Aber ja, würde ich mir auf jeden Fall mal wünschen. Vielleicht kannst du kurz Einblick in das Spiel gegen Ältersdorf bringen, weil das hast du zumindest gesehen. Ich habe gehört, dass das 2-2 verhinderbar gewesen wäre. Mehr weiß ich nicht. Ach, du meinst der Treffer zum 2-2? Ja, genau. Ja, vielleicht. War ein Torwartfehler, habe ich irgendwie gehört. Unter Gebhardt wäre es nicht passiert, wäre so die Aussage. Ja, das ist natürlich immer. Solche Aussagen sind immer Makulatur, aber ich würde auch sagen, dass jetzt da nicht jedes Tor unhaltbar gewesen ist. Aber das finde ich jetzt auch überhaupt nicht schlimm. Ich meine, wir wissen, was wir an Alex Weidinger haben. Viel wichtiger sind die Erkenntnisse aus dem Spiel. Und ich muss sagen, ich bin mit dem 2-2 am Ende auch sehr zufrieden. Ich habe eigentlich gedacht, wir verlieren das. Schon als ich da hingefahren bin, habe ich mir gedacht, hm, dass so dieses typische Testspiel direkt nach dem Trainingslager immer einfach jeder müde ist. Und dann halt einfach so die Ergebnisse am Ende, ja, auf der Anzeigetafel stehen, mit denen man so nicht rechnet, wenn man halt gegen Ältersdorf spielt. Von daher war das 2-2 am Ende positiv überraschend, auch wenn wir es hinten raus eigentlich hätten gewinnen müssen. Aber ich bin im Großen und Ganzen zufrieden. Ich habe die Spieler das erste Mal gesehen. Vor allem der Ochoiski hat mir rechts sehr gut gefallen. Auch der neue Stürmer, den wir vom 1. FC Köln ausgeliehen haben, der Uru Takwa, hat einen sehr, sehr positiven Eindruck hinterlassen. Von daher war das für mich persönlich auch ja, ein sehr interessanter und aufschlussreicher Test. Ja, da gebe ich dir vollumfänglich recht. Jetzt ein bisschen vielleicht die Einblicke aus dem Turnier, obwohl ich unsere zwei Tore nicht gesehen habe, weil ich genau in den drei Minuten mir meine Brautwurstsemmel geholt habe. Und noch eine Anekdote eben, in der Burgersemmel, oder im Burgerpattie, weil die Semmeln da leider schon nach 30 Minuten ausgegangen sind. Zustände wie im alten Jahr im Stadion. Auf jeden Fall. Es gab dann wohl noch Nachschub, aber da hatte ich dann meine Brautwurstsemmel im Burgerpattie schon gegessen. Ja, und ich habe genau die gleichen Eindrücke wie du. Also Uru Takwa, absolute Maschine. Vielleicht noch ein bisschen zu überhastet. Vielleicht, ja. Er gewinnt das 1 gegen 1. Er hat jedes 1 gegen 1 gewonnen, läuft aber dann in den zweiten Spieler rein. Da muss man halt dann die Balance finden, zwischen wann geht man in den zweiten Zweikampf und wann spielt man ab. Oder, also der übernächste Plan fehlt ihm vielleicht noch. Aber, ich meine... Aber das ist für 19-Jährige. Absolut okay. Und genau, lass den in dieser zweiten Liga ankommen und wir werden sauviel Freude haben auf der Seite. Denke ich auch. Also, wenn er außen spielt, wenn wir mit einem Stürmer spielen, wird er sicher seine Entwicklungsschritte gehen. Ich finde ihn jetzt im direkten Vergleich mit dem Garnos auch, weil die ja beide so ein ähnlicher Spielertyp sind, also groß, schlagsig auch, Offensivspieler, ein bisschen stärker auch, was die Technik betrifft. Von daher würde er wahrscheinlich eher von den Außen kommen, aber wir wollten gar nicht so viel über die Neuzugänge sprechen. Aber der zum Beispiel... also ich meine, wir haben die Statistiken letztes Mal besprochen mit Max, aber die Erkenntnisse aus den Testspielen finde ich jetzt schon wichtig. Und ich würde ja sagen, dass er eher an Diawusi erinnert. Also absolut... Ja, definitiv. Absolut explosiv auf der Seite und ja, also... Und frech halt. Also für einen 19-Jährigen fand ich ihn wirklich, wirklich frech und das ist gut. Ja, absolute Bereicherung auf jeden Fall. Schade, dass wir ihn nicht fest verpflichten konnten, sondern nur... Das ist ja wieder das alte Leid. Ja, hätten wir bekommen, ja, vielleicht, wenn wir ein bisschen Geld hingelegt hätten, aber gegen den 1. FC Köln anzustehen oder anzugehen, ist halt, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger. War die zweitbeste Lösung. Schlechter wäre es gewesen, hätten wir ihn gar nicht bekommen. Kurz Werbeunterbrechung für unseren treuen Kooperationspartner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Da gibt es aktuell sogar ein Gewinnspiel, wo man zwei Tickets gewinnen kann für das Spiel gegen Ulm. Da müsst ihr einfach nur auf die Instagram-Seite vom Rebest gehen und das Spiel kommentieren, Rebest liken und ja, kommentieren, mit wem ihr gerne auf dieses Spiel wollt. Und wer noch kein Rebest-Abo hat, wer noch fit werden will für den Sommer oder dann später die Urlaubspfunde wieder runterbekommen möchte, der kann mit dem 1889FM Spezial einen vergünstigten Abo-Preis bekommen und obendrauf gibt es auch noch ein Jahn-Trikot mit Wunschvlog. Also, wenn ihr zum Rebest geht und euch anmeldet, unbedingt 1889FM beziehungsweise Jahn-Podcast erwähnen, dann gibt es ordentlich Goodies obendrauf. Wer sich nicht hundertprozentig sicher ist, kann natürlich auch erstmal ein Probetraining oder Beratungsgespräch vorher absolvieren. Da sind die alle sehr flexibel, einfach per Telefon, WhatsApp oder Kontaktformular, Kontakt zum Rebest aufnehmen. Wie das geht, einfach in den Shownotes nachschauen. Ansonsten, ja, Ernst war immer anspülbar. Ja, fand ich. Was hat das so richtig gemerkt? Gegen Ältersdorf auch. Also eine wahnsinnige Übersicht, auch eine ziemliche Ruhe und dem merkt man seine Erfahrungen absolut an. Also ein absoluter Ruhepol, der glaube ich auch spielen wird. Leider hat sich aber auch meine Kritik bestätigt bis jetzt noch, dass sowohl beim ersten Spiel als auch beim zweiten Spiel wir brutal anfällig über die Außen waren. Fast jede Großchance ist über die Außen eingeleitet worden, weil sie zu langsam waren, also unsere Außenverteidiger, und dann oft den entscheidenden Zweikampf nicht gewonnen haben. Also das macht mir immer noch brutal Sorge. Habe es leider gestern verpasst, zum Fangespräch zu kommen, aber ihr könnt mir glauben, dass ich diese Meinung schon verantwortlichen privat gesagt habe, aber im Fangespräch hätte ich eigentlich auch noch mal gern gewusst, ob sie sich wirklich sehr gut aufgestellt sehen auf den Außen. Ich würde noch irgendeinen 17-jährigen Freiburger Wundertalent-Line zumindest für die Linke Außen bauen. So wie in den letzten Jahren halt auch, aber ich stimme dir da auch zu 100% zu. Ich glaube, dass Schoeski zusammen mit Salah rechts die Seite ja gut abdeckt, auch wenn Salah jetzt wahrscheinlich auch wieder nicht der Schnellste sein wird und seine Kritik da ihn häufig einschließt. Ja, auch Offensiv war da auch also war offensiv gut, defensiv. Aber er hat zumindest die gewisse Schnelligkeit, finde ich, ja. Und das ist dann vielleicht einfach nur eine Gewöhnungssache. Ich meine, er hat jetzt auch noch keine zweite Bundesliga gespielt, obwohl er auch schon aus dem Talentalter raus ist. Aber ich glaube, dass das passt. Ich habe vorhin gesagt, ich bin zu 98% zufrieden. Die 2%, die mir da fehlen, sind tatsächlich auch links hinten. Ich erhoffe mir von Oskar Schönfelder einen etwas größeren Sprung tatsächlich, weil ich einfach glaube oder hoffe, dass ihm die zweite Bundesliga ein bisschen mehr liegt, weil da schon mehr spielerische Ansätze auch drin sind, die ihm irgendwie gelegen kommen und es nicht so eine Holzer Liga ist, so eine Kampfliga wie die dritte Liga. Du hast keine Manndeckung als Außenverteidiger, so ungefähr. So ungefähr, ja. Aber das muss er halt erst einmal beweisen. Ja, hat er halt auch oft so. Das hat man auch schon wieder gemerkt. Und ich fand es auch im Aufstiegsspiel, er hat ja mit seine beste Leistung abgeliefert, aber sobald der Ball verspringt oder mal ausgeht oder er nicht angespielt wird, dann ist er die ganze Zeit am Hadern und das ist, ja, das macht dich kaputt irgendwie. Also da muss er cooler werden. Vielleicht muss er cooler werden. Also ich hoffe, wie gesagt, dass die zweite Liga ihm da ein bisschen Aufwind gibt und wenn es nicht funktioniert, müssen wir ja oder das Trainerteam halt kreativ werden. Brian Hines steht natürlich noch an. Ansonsten gibt es halt irgendwie sowas wie Farber nach links oder so. Farber, sage ich schon. Bene Sala. Bitte halt auch, dass Kühlwetter sich gleich mal verletzt hat, war aber unauffällig bis zu seiner Verletzung. Ja. Ich vielleicht ja auch, ja, so eine Geschichte gab ja jetzt, glaube ich, auch wieder eine andere muskuläre Verletzung vor dem letzten Testspiel, dass man, wenn man halt, ja, fast ein Jahr nicht mehr gespielt hat, sondern halt Kurzeinsätze und hauptsächlich trainiert, dann geht es halt in die Muskeln. Also ich glaube, der braucht da auch noch Akkubation. Ja. Ihr wisst, welches Wort ich meinte. Akklimatisierungszeit so. Aber wer mir dann echt gut gefallen hat, war auch Hotman, als er reingekommen ist. Er hat eigentlich wieder so gespielt, wie diese drei, vier Spieltage, wo wir alle sehr begeistert waren von ihm und gedacht haben, das ist jetzt der Durchbruch, kurz auch nach seinem Tor, bevor er sich das Kreuzpark gerissen hat. Und das hat mir sehr gut gefallen, auch dieses Abschirmen. Genau diesen Spielertyp hätten wir letztes Jahr gebraucht. Auch definitiv halt so einen Vollblutstürmer. So einen großen, Bulligen. Der Garnos ist ja groß, war aber definitiv nicht Bullig mit seinen 12. Ja, da habe ich eigentlich auch gehofft, dass der ein bisschen mit breiterem Kreuz zurückkommt aus der Vorbereitung, aber offensichtlich entweder schlechte Genetik oder war nicht so auf Pumpen, wie ich mir erhofft habe. Ja, oder er hat einfach schlechte Gene, was das betrifft. Kann ja alles sein. Aber vielleicht gefällt ihm ja auch seine Physis oder er sagt, er braucht einfach diese Schlagsigkeit, um sein Spiel durchzubekommen. Ja, genau. Wäre halt gut, wenn er nicht sieben Meter durch den Strafraum fliegt, weil einer mal den Körper dazwischen hält. Weil ich glaube, das wird halt in der zweiten Liga noch ein bisschen übler mit den Innenverteidigern. Ja, aber da stimme ich dir trotzdem zu und dass ich sehr froh bin, zum einen, dass Kühlwetter nicht lange ausfällt, weil ich mir von dem auch viele hoffe. Und auch das, was ich von Hottmann gesehen habe, war sehr, sehr positiv. Es ist ja noch so ein Kreuzmann, das ist halt immer schwierig. Wie viel Risiko trauen sie sich zu gehen, gleich am Anfang? Wie viel Prozent gehen sie auch und sind sie dann überhaupt in der Lage nochmal das zu gehen, was sie vorher gegangen sind? Und Zweitliganiveau hat er auch noch nicht bewiesen. Also sehr spannend, aber das, was ich bisher gesehen habe, auch in diesem einen Spiel eben, war auch nicht viel, aber das war wirklich auch absolut positiv. Also ich glaube, dass wir in der Offensive auch mit den Neuzugängen sehr gut besetzt sind, ganz definitiv. Vor allem, wenn wir dann 4-2-3-1 spielen, haben wir 4-5 Stürmer auf eine Position. Da sollte jetzt dann auch mal taktische Unterschiede möglich sein. Denke ich auch. Und natürlich kann man immer auf 4-4-2 umstellen, weil das, glaube ich, hat sowieso jeder im Blut. Das muss man nicht groß trainieren. 4-2-3-1 muss, glaube ich, eher trainieren als, wenn du sagst, okay, da kommen wir jetzt nicht durch, stellen wir mal um als 4-4-2. Letztes Jahr haben wir dann oft gerne auch auf die Dreierkette umgeschalten, wenn wir unbedingt noch ein Tor gebraucht haben. Also, wenn wir jetzt das 4-2-3-1 noch perfekt einstudiert haben, haben wir ja eigentlich drei Spielsysteme, mit denen wir variabel sind. Und dann wäre sogar ich mal zufrieden, glaube ich. Ja, mit einem zweiten Stürmer spielen, das wünsche ich mir eigentlich immer, weil ich auch finde, dass das besser zu Noah Garnhaus passen würde. Aber die, diese... Du musst halt aufpassen, weil dann hast du halt hinten einen weniger, der... Ja, natürlich, klar. Aber in der Offensive gibt es uns das viel mehr Möglichkeiten. Also, wir sind der Variabler. Definitiv. Ich denke auch, wir werden... Also, Joe Enox ist ja jetzt nicht einer, der sein Spiel durchspielt. Sondern sich eher brutal auf den Gegner einstellt und notfalls auch in der Halbzeit nochmal umstellt und sich nicht zu schade ist oder zu eitel und sagt, ja, ich habe mir aber jetzt was ausgedachtes mit der Brechstange. Da gibt es ja auch Trainer. Was ich aber unbedingt noch erwähnen muss, was mir aufgefallen ist beim Testspiel. Und ich habe sehr genau hingeschaut, vor allem in der zweiten Hälfte vom ersten Spiel, weil ich, ja, dann nicht kommentiert habe. Und Kai Bröger, so geil als Gegenspieler. Ich würde ihn hassen. Der hat, also, der hat wirklich so lange rumprovoziert, bis er endlich diese scheiß gelbe Karte bekommen hat. Und dann war er Lumpfrom. Aber da hast du richtig gemerkt und trotz Testspiel, ich hätte, als Gegner hätte ich gesagt, ey, was für ein Assi im Testspiel, dass der solche Nicklichkeiten macht. Also, aber überall, so mal gezogen, mal wieder, ja, den Gegenspieler, weiß ich nicht, ob er beleidigt hat oder so, aber halt hingemammelt. Und, aber er hat es dann gleich sofort abstellen können. Nach der gelben Karte war der Lumpfrom. Und ich freue mich tatsächlich auf seine Spielweise, auch wenn er sehr, sehr viel Hass, also ich stelle dir vor, so ein Verhalten auf Schalke, 70.000 Leute und er kriegt 60 Minuten keine gelbe Karte für dieses Hinstechen und das ganze Stadion rastet schon aus, weil jetzt der schon wieder dazwischengegangen ist. Das war mega geil. Ich glaube, dem macht das auch Spaß. Und das spricht ja auch für seine Erfahrung, dass er dann ganz genau weiß, wann er es abstellen muss und es dann auch abstellen kann einfach. Ja, vielleicht brauchen wir manchmal auch einen, der nicht so brav ist. Kommt halt immer drauf an, wie kommt dann so jemand in den Mannschaftsgefüge an, also außerhalb des Platzes, weil wir sind auch mit, ich hoffe, ich darf es sagen, aber Hut ist halt mit uns im Medienteam mitgefahren und da hat man dann schon auch gehört, dass die halt echt viel auch zusammen machen danach oder ich habe ja auch mit Ziegele dieses Interview geführt und da hat man auch rausgehört, dass die auch sich sehr oft auch einfach so treffen und die hat jetzt den Bogen zu spannen, Kai Brüger war absolut sympathisch vor dem Spiel, lustigerweise haben wir genau ihn getroffen am Bus und weil, keine Ahnung, man hat ja bei solchen Leuten schon auch immer ein bisschen Vorurteile im Kopf und dann ist er halt, ja, auch ein absolut umgänglicher Mensch, also ich glaube, er ist nur auf dem Platz, Assi. Ja, aber da schauen ja die Verantwortlichen drauf, das war ja unter Christian Keller auch genau so, dass sie natürlich schauen, dass die Spieler menschlich einfach in die Mannschaft passen. Ja, es ist auch wichtiger geworden, wir hatten schon ein paar Fehlgriffe, ich will jetzt keine mehr. Ja, Fehlgriffe gibt es immer, ja, ganz klar, man kann sie auch mal täuschen, aber die Verantwortlichen werden Kai Brüger kennen als Spieler, ja, dass er immer diese Nicklichkeiten da auspackt, das werden sie wissen und sie haben halt einen persönlichen Eindruck auch von ihm bekommen, aus den Gesprächen wahrscheinlich, wenn die Scouts auch noch irgendwelche Kontakte zu alten Trainern haben, also ich glaube, die wissen schon ganz genau, ob der Spieler passt oder nicht, natürlich gibt es da immer eine Fehlerquote, ist ja klar. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn er spielt, also das wird super. als Gegner würde ich ihn hassen, wirklich abgrundtief und als eigenen Spieler freue ich mich einfach, dass er dabei ist. Aber ich sage ja schon, dass er sich nicht alles gefallen lässt. ich sage ja seit Jahren, wir sind da oft zu brav und geben da auch mal so einen Einwurf her oder ich weiß auch nicht, ich liebe ihn, aber der hat halt dann auch ständig zugegeben, dass er einen Foul gemacht hat und so, da hocke ich mir oben und denke mir, liegen 2-0 zurück, du sagst in der 78. Minute, ja, nee, den Elfmeter will ich nicht oder so. Macht mich fertig. Ja, aber gut, er hat die Fairplay-Medaille dafür bekommen, also ist ja auch ein positives Aushängeschild. Aber du weißt, was du meinst, wenn wir mit dem Fairplay-Preis Europa spielen würden, nehme ich es auch mit, aber ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Nee, glaube ich, gibt es tatsächlich auch nicht mehr. Aber das war natürlich, das war damals mein Go-To-Guy, wir steigen irgendwie durch Zufall in die 1. Bundesliga auf, den Fairplay-Preis und dann übernächstes Jahr in der 2. Liga wieder Europa. So wäre, glaube ich, die einzige Chance, wie wir es irgendwie schaffen könnten. Aber jetzt schweife ich ab. Ja, ansonsten könnte man ja mal ein bisschen jetzt vorausschauen. Gerne. Keine Ahnung, ich als kleiner Populist würde sagen, gegen wen gewinnen wir eigentlich überhaupt in dieser 2. Liga? Wir werden mit Sicherheit gegen irgendjemanden gewinnen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt abgeschossen werden. Ich glaube, dass, wenn wir mal so den Spielplan anfangen, vor allem die Auswärtsspiele fast ein bisschen egal sind, das sind Punkte, die wir dann holen und dann wir sie nicht holen, ist es auch nicht so schlimm. Ich glaube, dass die Heimspiele zu Beginn viel wichtiger sein werden. Und da haben wir, glaube ich, mit Ulm, mit Fürth und Münster schon drei Gegner zu Hause, wo wir dann vielleicht auch schon den einen oder anderen Punkt auf jeden Fall holen sollten. Weil wenn wir da gleich irgendwie schon in so einen negativen Lauf reinkommen und so fünf, sechs Spieltage auf den Sieg warten müssen, dann wird es natürlich schwer. Aber ich glaube schon, wir werden bestimmt gleich auch über die Gegner sprechen, dass die Mitaufsteiger und der ein oder andere aus dem unteren Tabellendrittel definitiv schlagbar sind. Also ich habe mich jetzt auf Hannover noch nicht so vorbereitet, auch wenn ich es kommentiere. Die haben halt den besten Spieler aus Elversberg weggekauft. Das ist jetzt für uns auch nicht so schlecht, weil ich finde, Elversberg ist schon auch einer, der im Kreis der Abstiegskandidaten oder die es treffen könnte. Ja, klickst jetzt weiter, ja, auf jeden Fall, vor allem wenn halt so ein Spieler verlierst, der so wichtig ist. Ganz klar. Kann ich jetzt gleich noch sagen, Elversberg habe ich ein bisschen nachrecherchiert. Also ihr wisst, ich bin nicht der große Zweite-Liga-Kader-Experte, aber ich habe halt mich durch alle Foren mal durchgeklickt und mal so ein bisschen die Stimmung gecheckt. Keiner hat die Untergangsstimmung, also leider keiner von den übrigen Verdächtigen sagt, wir steigen sicher ab. Wir auch nicht, also auch in unseren Foren eigentlich relativ positive Stimmung. Also alle freuen sich so auf die Zweite Liga. Keiner sagt, bei uns sieht es scheiße aus, aber Elversberg könnte ich mir vorstellen. Vor allem, wann haben wir die? Die haben wir, ja okay, leider ein bisschen spät, 3. November. Die haben halt den Kader zum Beispiel und die brauchen auch 2, 3, also gute Spieler, die sie holen müssen und ja, ohne Vorbereitung. Das ist natürlich gut für uns, wenn die dann auch so einen Negativlauf haben und die Spieler brauchen, um wirklich anzukommen. Klar, Elversberg sehe ich auf jeden Fall auch als Kandidaten da unten, der gegen den Abstieg kämpfen muss. Natürlich die beiden mit, Aufsteiger auch. Münster und Ulm. Ulm hat ja auch den Seenza verloren. Das tut auch weh. Da wird halt die Frage sein, inwiefern die Neuzugänge da wirklich einschlagen und ja, so richtig 100% überzeugt hat mich dann auch keiner. Ja, Ulm finde ich sehr interessant. Also sie machen es so ein bisschen wie wir in der Abstiegssaison. Die haben fast nur Live-Spieler. in Kattenbacher haben sie natürlich große Hoffnungen, aber der Junge ist halt auch erst 18 und muss auch erst mal schauen, wie er da, diesem Druck da quasi zurechtkommt und wie er dann das Gefühl gepasst. Ich meine, wir hatten ja gesehen, Lasse Günther ist ein super guter Spieler, aber ja, der war da halt auch erst 18, als er bei uns war oder 19. Ja und jetzt ist er vor, ich weiß nicht, wie vielen Wochen in Wiesbaden abgestiegen gegen uns. Genau und ist jetzt, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, irgendwo hin ist er zum Kreis C gewechselt. Ja, der kann schon was, aber das ist halt die Frage. Ich glaube, dass Ulm schon sehr abhängig war von dem Seenza und dass dieser Abgang wirklich wehtut und natürlich kann das funktionieren, ganz definitiv. Also die haben ja grundsätzlich den Kader auch zusammengehalten und jetzt halt mit Talenten quasi aufgefüllt. Es kann funktionieren, muss aber auch nicht. Genau, also das wird glaube ich sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie die Rückschläge wegstecken, stecken die die gut weg, weil die sagen, hey, wir sind hier zum Entwickeln und sind die Ergebnisse egal oder ist es dann so wie bei uns, dass sie sagen, ja, nächstes Jahr spiele ich eh wieder in meinem Heimatverein. Also die kommen ja aus Bayern, Hoffenheim. Ich habe gesehen, also wirklich große Vereine, woher die Leihspieler kommen oder gute Vereine, groß würde ich jetzt hoffen, meinen nicht betiteln, sonst kriege ich wieder hier Ärger. Ja, aber ich hoffe natürlich, dass es, also Ulm darf landen, wo es will, solange wir nicht jetzt selber absteigen, aber wenn es natürlich wir, 15. werden Ulm hinter uns sein, nehme ich den Abstieg von Ulm mit, aber ich habe jetzt keine, keine schlechte Meinung von Ulm generell oder irgend sowas. Ich finde die tatsächlich, also sie haben sehr, sehr viele Parallelen zum Jahren, wie ich finde, einfach von der Vereinsgeschichte, von der Struktur. Wir sind jetzt zum Glück, ich sage mal, zehn Jahre auch infrastrukturell voraus. Genau, aber genau, sie haben halt ein größeres Stadion, sie haben vielleicht bessere, also größere Fanbase noch. Ja, weil die natürlich auch vor 25 Jahren auch mal Bundesliga gespielt haben, auch wenn es nur ein Jahr war, aber klar. Das hilft einem dann schon, ja. Aber genau, das ist mit Sicherheit auch ein Kandidat, den wir vor allem zu Saisonbeginn schlagen können, bestimmt. Hoffentlich, ja, ist ja gleich das zweite Spiel, das Heimspiel, 18.30 Uhr, hoffen wir mal, das ausverkauft ist. Vor allem von unserer Seite, ich weiß nicht, ob die Ulmers den Gästeblock voll machen, kann ich nicht einschätzen, keine Ahnung. Ich habe mir noch Münster aufgeschrieben, und da habe ich mir das Kommentar, Kommentar, Loil Mees und Magrides. Ich habe leider Mees nicht verfolgt, Magrides, glaube ich, hat letzte Saison auch nicht großartig performt. Also ich habe mir jetzt die Performance nicht angeschaut, ich habe ab und zu mal in die Statistiken reingeschaut, aber ich habe natürlich auch nicht sonderlich viele Scorer-Punkte geholt der Magrides. Was ich nachschauen wollte, aber bis heute natürlich vergessen habe, ist, wo der Rekord liegt, von Abstiegen aus der zweiten Liga in Folge, da sitzt bei zwei mit Regensburg und Osnabrück, mit Münster, er hätte einen Kandidat, ja, bei dem es das dritte Mal in Folge passieren könnte. Keine Ahnung, wie der immer einen Job bekommt, gute Berater wahrscheinlich, weil er halt einfach das, was er theoretisch könnte, ich glaube, bisher nie wirklich über einen längeren Zeitraum abgerufen hat. Ja, und ich glaube aber auch, vielleicht auch so ein bisschen der Busch-Funk unter den Trainern oder was, weil immer, wenn ich jetzt auch mit Verantwortlichen rede und ich meine, ihr kennt mich, wie ich manchmal daher sabber, da werde ich dann eingebremst bei jemandem wie Gildirim und Magrides, dass sie im Training und was weiß ich, übelst gut sind und voll die geilen Anlagen und jeder Hauptteil hat dann vermutlich, dass irgendwann mal der Knoten, der psychische Knack, weil ich meine, keine Ahnung, ich kenne es auch, also je älter ich wurde, desto gelassener wurde ich. Vielleicht ist es ja bei Profis auch, dass du da mit 28 irgendwann mal dann doch aufhörst. Ist er schon 28? Nee, ich glaube noch nicht, aber so, er wird schon so 25, 26 sein. Ja, das hätte ich jetzt gedacht, ja. Aber dass du halt dann Mitte, Ende 20 irgendwann mal dann diese ganze Nervosität ablegst. Ja, vielleicht. Also Anlagen hat er ja, aber genau, das ist eine Wundertüte bei Münster, ob er einschlägt oder nicht. Genauso Joshua Mies, von dem halte ich ja eigentlich schon relativ viel, aber dessen Karriere hat irgendwie so einen Knacks bekommen und der hat seitdem irgendwie keinen Fuß mehr fassen können, auch bei uns nicht. Und jetzt guckt er so im unteren Bereich der zweiten Liga so rum, wird ihm nicht ganz gerecht, aber ist auch eine Wundertüte, finde ich. Allerdings, also die Münsteraner haben es halt, ich würde sagen, Mies und Magrides sind jetzt trotzdem Namen, ja, also zumindest haben sie sich etabliert. Das sind so diese typischen erfahrenen Zweitligaspieler, die halt jeder Fan will, genau, die sind es halt. Genau, also vielleicht redet ja jemand aus Hannover über Ernst genauso wie wir jetzt über Mies und Magrides, das wissen wir ja nicht. Also ich habe bei der Verpflichtung tatsächlich mal ein bisschen auf Instagram geschaut und die sind wohl alle sehr traurig, dass er geht. Also er scheint da wohl auch zwar nicht am Ende ganz so viel gespielt zu haben, aber war wohl doch positiv in Erinnerung und auch was die Qualität betrifft. Also das würde ich jetzt nicht ganz vergleichen, zumindest von dem, was ich gelesen habe. Ja, genau. Also aber wie gesagt, ich weiß ja nicht, was ein hypothetischer Hannover-Podcast sagen würde. Aber Münster hat so ein bisschen die ähnliche Transferphilosophie wie wir. Lieber festverpflichten, so Mitte 20, die Kaderlücken mit Erfahrung auffüllen. Also da wird es gespannt, kann ich mal gespannt sein, wer da besser eingekauft hat, wer besser gescoutet hat. Aber so von dem Prinzip her haben die eher so unsere Transfer-Taktik. Ja, und beide sind halt deswegen mega spannend, weil es halt Doppelaufstieg war. Die sind ja schon aus der Regionalliga aufgestiegen, einigermaßen zusammengeblieben, haben nicht den mega Umbruch gehabt und sind jetzt wieder aufgestiegen und sind jetzt wieder natürlich vereinzelt, ein bisschen was weggebrochen, auch wirklich Schwergewichte. Aber dieses Mannschaftsgefüge an sich steht immer noch. Und wenn ich so an unsere letzten Jahre zurückdenke, ist das halt vor allem für qualitativ schlechtere Mannschaften einfach ein enormes Plus. Von daher traue ich beiden natürlich definitiv auch den Klassenerhalt zu, uns auch, aber sie zählen natürlich schon auch zu den Kandidaten, die wir schlagen müssen, wenn wir die Liga holen, die Liga halten wollen. Ganz einfach. Du sagst es, also da sehe ich dann so ein bisschen den KSC im Nachteil. Der Stünder macht die Karriereende, der hat da schon sehr viel beigetragen für die Stabilität. Der hat uns ja auch, glaube ich, einmal so unfassbar zerstört. Ich weiß nicht, da wo das Stadion noch neu gebaut wurde oder so. Auf jeden Fall, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, also einer von denen, der KSC-Spieler hat uns mal schwindelig gespielt, ich glaube es war Stünde. Und ich habe jetzt gestern auch gelesen, der Schleuserner soll noch gehen. Ich weiß nicht, ob das heute durch ist. Also die haben ein kleines Stürmerproblem, Kader noch nicht fertig, der Rest mit Leihspieler aufgefüllt. Sieht sich, sieht jetzt so aus externer Sicht, der nicht der Ultra-Experte ist, dass das so ein bisschen Flickenteppich war. Dass sie nicht unbedingt darauf vorbereitet waren, dass da doch noch so Leute gehen oder doch gehofft haben oder keinen Schattenkader so richtig hatten. Also das sieht so ein bisschen aus, als könnten die so ein heißer Kandidat sein mit Oh, jetzt haben sie einmal zu viel rumgebastelt. Ja, so ein Überraschungskandidat, um mal hinten mal reinzurutschen. Und wenn du einmal hinten drin bist, kommst du halt schwer wieder raus. Zwar runds Phrasenschwein, aber würde ich auch so sehen. Also der KSC ist für mich einer der größeren Überraschungskandidaten, um mal hinten reinzurutschen. So rein von dem finanziellen her und was für Möglichkeiten die haben, müssten die eigentlich einen Kader basteln können, der mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Aber so diesen Eindruck mit dem Flickenteppich habe ich tatsächlich auch. FCK, also der Kaiserslautern ist so vom Umfeld her immer irgendwie so ein Chaos-Kandidat. Immer noch jauchzend eigentlich momentan, habe ich das Gefühl. Aber ja, ich finde auch, also die Mannschaft ist halbwegs zusammengeblieben. Die haben eher an Qualität dazugeworen, würde ich sagen. Ja, den Mauser, den wollten mit Sicherheit einige, glaube ich. Also ja, also ich hätte ja auch nicht nein gesagt, wenn er zu uns gegangen wäre, außer dass er halt eine schlechte Vergangenheit hat mit Ingolstadt. Ja, aber die haben letztes Jahr in der Liga halt auch wirklich nicht überzeugt und sind halt dem Abstieg auch gerade so entronnen. Also wenn halt diese Neuzugänge jetzt nicht passen, dann geht es halt aber auch ganz schnell mal wieder in die andere Richtung. Ja, wie gesagt, also bei denen ist halt eher das Umfeld auch ein bisschen problematisch, weil wenn du mal drei Spiele im Stück verlierst, dann hast du keine Ruhe mehr. Bei uns wäre es wahrscheinlich immer noch relativ ruhig, außer der 1889-Fam-Podcast-Krachtel. Vor allem, wenn du halt gerade auf so einer positiven Erwartungshaltung bist, allein mit dem Pokalfinale. Jetzt hast du einen Trainer, den viele richtig gut finden. Ich finde den, also ich weiß gar nicht, was die alle mit dem haben. Der hat, ich weiß nicht wie oft, jetzt schon mit einer sehr guten Mannschaft den Aufstieg vergeigt. Also ich halte von dem Anfang tatsächlich gar nicht so viel, aber der scheint hoch im Kurs zu sein und schürt natürlich so diesen Optimismus. in Kaiserslautern noch zusätzlich. Ja, das sehe ich genauso und ein bisschen Wundertüte, aber ich habe gelesen, also der Selbstbewusstsein ist riesig bei denen, die Platz 3, 5 und sowas. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, also und lustigerweise, ich glaube, der FCK war die Einzige im Forum, die quasi so eine Tabellenforscher hat und hat fast, also 90 Prozent der Leute haben uns auf dem letzten Platz. Ja, ist ja legitim. Also ich meine, wir sind Aufsteiger, wir sind auch, ich sage mal, schlechteste Aufsteiger, weil wir halt gerade so über die Relegation rein sind. Haben den niedrigsten Kaderwert, zumindest auf der bösen Seite. Ja. Zweit niedrigst, glaube ich, oder? Zumindest im Schnitt, im Schnitt haben wir den niedrigsten, ja. Stimmt, Preußen-Münster wäre unter uns noch. Im Schnitt haben wir den niedrigsten, aber das sagt ja nichts, das wissen wir ja seit Jahren, dass das überhaupt nicht relevant ist. Pflegt bei so kleinen Vereinen ja oft auch nicht jeder so richtig. Ich habe noch als Hot-Tags oder als engerer Kreis für den Abstieg Magdeburg und Eintracht-Braunschweig reingeschrieben. Magdeburg, finde ich schwer einzuschätzen, ist etwa gleich besetzt wie letztes Jahr, weil da sind sie auch nur, ich glaube, 13. oder sowas geworden. Da kommt es halt auch mal darauf an, ob sie Unruhe reinbekommen oder nicht, weil es ist jetzt auch kein Verein, der sehr viel Stabilität ausstrahlt, aber dass die Mannschaft zusammengeblieben ist, ist schon auch eine Leistung für so einen Verein. Ja, schon. Die haben ja letztes Jahr ein enormes Auf- und Abgehabt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich sehr stolz auf unser englisches Spiel im Pokal gegen die war, weil die am Saisonbeginn eigentlich ziemlich weit oben waren, was die Tabellensituation betrifft. Da habe ich schon gedacht, oh, okay, so einen richtig guten Zweitligisten offensichtlich gut beschäftigt, knapp verloren. Ja, die waren auch in der ersten Hälfte sehr gut eigentlich, dass sie so weit abgestiegen sind, war auch die ihre Grunde geschuldet. Ja, und dann haben sie halt hinten raus, gab es ja enormen Zopf mit der Fanszene auch, also falls du dich erinnern kannst, dass sie dann gerade noch so die Kurve bekommen haben und dann der Friede, Friede, Freude, Eierkuchen in Magdeburg war, hat ein bisschen drüber hinweg getäuscht, finde ich, aber es war letztes Jahr schon sehr faszinierend und so eine ähnliche Rolle traue ich denen dieses Jahr eigentlich auch zu. Na, für ganz oben wird es für Magdeburg, glaube ich, nicht reichen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Da ist der Kader jetzt nicht sonderlich verstärkt worden. Die Konkurrenz für oben ist auch zu groß, aber nach unten reinrutschen, können die aufgrund dieser Instabilität vor allem auch im Umfeld mit Sicherheit. Also wenn da das Umfeld kippt, kann sich das schnell mal, glaube ich, auch auf die Mannschaft übertragen. Bei Braunschweig sehe ich eher auch so ein Offensivproblem, das wir hoffentlich dieses Jahr nicht haben. Kommt halt noch darauf an, die sind wohl an einen sehr starken offensiven Mittelfeldspieler dran, einen jungen Niederländer. Ich spreche mal die Nachnamen nicht aus, aber Vorname Valid. Man hat auch starke Stats. Das kannte ich vorher auch nicht, aber das ganze Forum schwärmt davon und wird sich den wünschen. Sind aber auch noch an einem Leihstürmer dran, kommt halt darauf an, wen sie da bekommen. Ich glaube eher, dass da sich jetzt rauskommt, ob die ihre Offensive in den Griff bekommen oder nicht. Und wenn nicht, dann wissen wir ja, wie schwer so eine zweite Liga sein kann, wenn man keine Tore schießen kann. Ja, ja. Also Eintracht Braunschweig ist für mich auch einer der Klubs, die quasi ständig untenrum krebsen, auch in den letzten Jahren, eigentlich immer im Abstiegskampf. Letztes Jahr haben sie, glaube ich, dann hinten raus sehr souverän schon noch die Klasse gehalten, aber da kommt auch viel drauf an, wie jetzt dann der Kader am Ende aussieht. Also du hast es richtig gesagt, die sind noch nicht fertig in Braunschweig. Also da haben wir bestimmt auch einen Konkurrenten, den man schlagen kann. Also jetzt mit uns sind es so um die acht Vereine, würde ich sagen, die man so da unten sehen könnte, die jederzeit absteigen könnten. Ja, also. Deswegen, du von den acht oder von den sieben musst halt jetzt zwei hinter dich lassen. Es gibt halt so die Klassiker, die üblichen, verdächtigen Braunschweig, Elversberg, Magdeburg, ja, die halt immer hinten reinrutschen können. und dann gibt es halt so die Großen, wenn die halt ordentlich daneben lang, wir haben über den KSC gesprochen, dann kommen sie auch mit dazu, plus die Aufsteiger, dann sind wir glaube ich schon bei den sieben, acht, ja, definitiv. Was mir halt aufgefallen ist, ich habe sowas verratet, es fällt eben auf, dass viele noch am Kader basteln, das könnte eben auch einer unserer Pfünde werden, weil, keine Ahnung, die Jahre, wo wir nicht abgestiegen sind, haben uns auch die Punkte der Hinrunde oft gerettet. Ja. Da musst du halt jetzt in den ersten zehn Spielen die 40 Punkte holen. Die Uneingespieltheit mancher Mannschaften noch, deswegen ist es vielleicht auch wahrscheinlicher, dass du gegen Hannover als gegen Ulm gewinnst, Hot Take. Echt, oh krass. Nein, ich gehe eigentlich fest davon aus, dass wir am Samstag verlieren in Hannover. Ich weiß nicht, letztes Mal haben wir eigentlich echt gut in Hannover gespielt, ich hoffe auf ein Unentschieden, wenn ich jetzt schon vergreifen darf. Ja, aber die Hannoveraner, die haben ja auch irgendwie, die sind so mega optimistisch, was ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen kann, wenn wir uns da deren Kader mal anschauen und deren Transferbewegungen. Ja, aber die werden sich halt denken, Loy Regensburg, wir werden die nicht mal analysieren. Ja, aber das hilft uns ja auch nichts. Doch, dann kommt der Überraschungsgahn aus. Ja, also vielleicht können wir uns irgendwie einen Punkt ergaunern, das ist uns definitiv schon das ein oder andere Mal geglückt. Mach mir diese Aussatzfahrt nicht mehr, Mario, weil sonst stehe ich nicht um vier in der Früh auf. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall höhere Chancen bei den ersten zwei, drei Heimspielen haben werden. Also Auswärts Hannover, Auswärts Hertha, Auswärts HSV, also da vielleicht einen Punkt holen, wäre schon gut, aber wir sollten jetzt keine Angst haben, sollten wir in den ersten drei Auswärtsspielen drei Niederlagen kassieren. Also da sollte man schon realistisch an die Sache rangehen. Wir sind definitiv underdog, auch wenn wir, wenn wir uns die anderen Abstiegskandidaten anschauen, natürlich gute Chancen haben, die Klasse zu halten, sind wir definitiv ein Kandidat für die letzten drei. Ja, ich habe es im Siegel-Interview gesagt, wichtig ist, glaube ich, auch, selbst wenn die Lage ausrichtslos erscheint, hinten raus, noch dran zu glauben, weil wir oft sind, also es gab schon Mannschaften, die dann noch die letzten fünf Spiele gewonnen haben und doch nicht abgestiegen sind. Definitiv. Und ja, und das muss man vielleicht auch, da muss ich mir selber auch, oder an die Nase fassen, dass man halt diesen Spirit beibehält, auch wenn es jetzt mal scheiße läuft. Oder so nach einer Hinrunde mit neun Punkten oder so trotzdem noch den Klassenerhalt zu schaffen. Also, es wird ganz wichtig sein, dass wir, wenn Nackenschläge kommen und die werden sehr, sehr häufig kommen zu Beginn, glaube ich, dass wir einfach ruhig bleiben, versuchen, unsere Spiele zu gewinnen und zu verbessern. Es darf sich keiner verletzen und dann muss hinten links halten. Dann noch eine Boulevardfrage. Auf welchen Gegner freust du dich am meisten? Oh, schwierig. Oder Autodick-Hop-3-Auswärtsfahrten, keine Ahnung. Ja, Auswärtsfahrten freue ich mich auf einige tatsächlich. Ich habe leider noch nicht alles in dieser Liga. Also, Auswärts Gelsenkirchen freue ich mich natürlich. Da war es nur Corona-Spiel. Ja, genau. Oder ganz wenige Fans. Ja, da waren, glaube ich, 100-Jahren-Fans oder so zugelassen. Da war ja auch die aktive Fanszene, glaube ich, nicht da, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, da freue ich mich sehr drauf. 1. FC Köln freue ich mich immer riesig drauf. Da habe ich allerdings natürlich schon Auswärts-Härter. Wird mein erstes Spiel in dieser Saison auch mein erstes Auswärtsspiel. Da freue ich mich auch sehr drauf. Obwohl ich das Stadion auch schon habe. Das ist ja der Zweitliga-Saison. 2012. Aber so richtig der Gegner, den habe ich eigentlich nicht. Also, welches Spiel? Also, es gibt ein paar, auf die ich mich sehr freue. Aber grundsätzlich freue ich mich tierisch in dieser zweiten Liga. Hast du Elversberg schon ausgeraut? Nein, Elversberg fehlt mir tatsächlich. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das am Ende auch wirklich so ein Must-Have ist. Das Stadion wird eh gerade umgebaut. Das ist eh nicht im Originalzustand. Also, wann spielen wir da auswärts in Elversberg? Das ist eh hinten raus im Sommer. April, 5. April, Samstag, um das, um 5. April. Ja, keine Ahnung. Ich versuche natürlich, auch nach Elversberg zu fahren. Aber wenn ich Elversberg verpasse, ist es jetzt nicht so schlimm. Aber grundsätzlich freue ich mich, dann nochmal zurückzukommen auf die komplette zweite Bundesliga. Das ist wirklich eine mega Zusammensetzung. Ich stimme überhaupt nicht ein in diese ganzen Jubelstürme, die es halt jedes Jahr gibt. Die beste zweite Liga aller Zeiten. Das verkaufen sie uns ja schon seit 30 Jahren gefühlt. Aber dieses Jahr ist das Feld wirklich, also, Hammer. Wirklich hammermäßig. Und ich freue mich sehr, dass wir in dieser Liga sind. Was glaubst du, wer steigt auf? Oder wer sind die Favoriten für dich? Schafft es der HSV dieses Mal? Nee, der HSV schafft es nicht. Auch wenn sie sagen, dieses Jahr steigen wir aber wirklich auf. Wir haben es in den letzten Jahren bloß nicht nach außen kommuniziert. Und dieses Jahr müssen wir es, so zumindest interpretiere ich die Aussage von Baumgart, dieses Jahr müssen wir nur fest genug und laut genug sagen, dann klappt es auch. Ich glaube, dass der HSV natürlich zu den Favoriten gehört, aber nicht aufsteigen wird, sondern eher Hertha, Köln und Schalke quasi einfach so vorm HSV landen werden. Ja, Köln auch interessant. Christian Keller hat gestern oder vorgestern in einem Sky-Gespräch gesagt, auch über den Trainer. Es war schwierig, jemanden zu finden. Habe ich auch gehört, ja. Weil eben sich viele vor der Herausforderung gescheut haben, auch eben keine Transfers tätigen zu können und so. Das kann einem trotz der Kaderqualität auf die Füße fallen, weil wenn du genau diesen Mosaiksteinchen gebraucht hättest. Aber ich finde trotzdem, dass für einen Abstieg der Kader wirklich überraschend zusammengeblieben ist. Die haben natürlich alle Verträge, ist schon klar, aber das kann einem trotzdem irgendwie alles auseinanderbrechen. und da kann sich dann auch ganz, ganz schnell so eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität entwickeln. Ja, wir haben uns die Scheiße jetzt hier eingebracht. Wir müssen es selbst rausholen. So wie Bremen damals. Genau. Und wir können auch noch keine Neuzugänge verpflichten. Das heißt, wir müssen das auch wirklich unter uns machen. Von daher glaube ich, dass das am Ende überwiegen wird. Ja, wie wichtig findest du den Aufstieg strategisch für den Jahren? Also das Thema NLZ? Ja, enorm wichtig. Also allein finanziell brauchen wir uns ja keine Gedanken machen, dass das wichtig ist. Gestern hat er ja noch beim Fangespräch gesagt, der Hausner, dass wir um die 22 Millionen Euro Umsatz machen. Ich glaube, vorher waren es 12 oder so. Ich müsste jetzt lügen. Und dass wir vor allem auch im Sponsoring-Bereich ein Rekordergebnis einfahren werden. Und Sponsoring ist ja dann quasi fast 100 Prozent Gewinn, sage ich mal. Die fünf Mitarbeiter, die du zahlen musst im Marketing, die werden jetzt keinen Gewinn auffressen. Ich bin echt gespannt auch auf die Bilanz der nächsten Jahre. Wie viel? Also wahrscheinlich bleiben schon ein paar Millionchen übrig, um das NLZ schnell voranzubringen. Aber allein infrastrukturell ist halt diese Zeit in der zweiten Bundesliga, die wir in den letzten Jahren hatten, schon wichtig gewesen. Und das wird jetzt auch mittelfristig für die Zukunft wichtig sein. Und wenn wir dann das NLZ haben, wenn wir dann einfach mal einen Bagger über den Kaubachweg noch fahren lassen, dann sind wir da aufgestellt. Und dann ist es wirklich, dann haben wir eine ganz, ganz gute Zukunft, dass wir da auch mittelfristig in diesem Bereich, in diesem Schwebezustand, oberer Bereich Dritte Liga, untere Bereich Zweite im Bundesliga bleiben können auf längere Zeit. Interessant fand ich es eben auch, Ruth hat da auch sehr geschwärmt. Ich glaube, wir können es ja nicht so richtig einschätzen, weil wir kennen den Kaubachweg jetzt. Also ich war jetzt da ein paar Mal drin, habe mir jetzt, habe mir jetzt sogar endlich mal die Führung bekommen und habe mir diese Trainingsbedingungen angeschaut. Fantastisch. Und ja, und die haben halt wirklich andere Vereine überhaupt nicht. Auch die vielleicht, die über uns stehen müssten. Und er hat jetzt auch gesagt, er war jetzt bei sechs Vereinen und das war also nirgends so gute Bedingungen wie bei uns. Und er hat noch keinen so strukturierten Verein gesehen wie bei uns. Also du weißt, wer für was zuständig ist, wo du hingehen musst. Und das ist nicht so ein Chaos mit Zuständigkeiten. Und das, also das adelt einen ja dann schon. Und vielleicht ist das dann so ein Müh, was dich halt von den Konkurrenten unterscheidet, wenn die Spieler zum Beispiel auch nicht mental belastet werden, weil, ja, keine Ahnung, weil sie nicht wissen, wohin sie mit dem Problem XY gehen müssen. Oder eben, wie er gesagt hat, er musste nicht in Reha oder weg von der Mannschaft nach Dona Stauf oder so, weil das halt einfach vor Ort alles jetzt da ist. Alles ist da, Trainingsmöglichkeiten, die Physios sind da. Und dann bist du als verletzter Spieler auch nah an der Mannschaft und musst dich nicht wieder integrieren nach deinem, wie keine Ahnung, nach deiner sechs, sieben, acht, neun Wochen Verletzung. Ja, also dieses Pfund möchte ich hier auch nochmal herausholen. Und ich habe ihm natürlich dann auch nochmal eine Stunde belabert, wie es früher war und wie schlecht unsere Duschen waren und dass wir in Westbad teilweise nach dem Training duschen mussten. Ja, nur um ihn nochmal zu erden. Ja, aber da stimme ich dir absolut zu. Also das ist mit Sicherheit auch ausschlaggebend für Transfers. Also wenn du finanziell dich in einer Ebene bewegst mit, was weiß ich, den anderen Aufsteigern, dann fahren sie nach Münster, da ist der Stadion momentan noch eine Bruchbude, wo ihm ist der Stadion ja auch noch, das ist ja absolut nicht zweitligatauglich. Und dann schaust du Trainingsbedingungen an, die sind alle sonderlich gut. Wenn es das gleiche verdient, natürlich geht es dann zum Jahn. Also definitiv. Von daher finde ich auch gut, dass wir wieder ein bisschen was beiseite legen, um die Infrastruktur für einen wirklich gut aufgestellten Drittligisten am Ende dann wirklich hier vor Ort haben. Ja, und ich meine, keine Ahnung, jetzt könnte sogar ich, würde sogar ich sagen, wenn wir jetzt noch zwei Millionen übrig hätten für den Kader, ich wüsste gar nicht, also außer einen Schein-Außenverteidiger noch, wüsste ich nicht, was ich jetzt noch groß kaufen würde. Ich glaube, es wäre auch gar keiner am Markt. Also du hättest halt vielleicht wirklich noch den... Verteidiger, das ist ja seit Jahren das Problem. Nein, nein, nicht nur das, aber ich glaube, du hättest ja bis vielleicht auf den Jannik Mause oder sowas auf dem Markt überhaupt niemanden gehabt, den du dann für noch mehr Geld holen könntest, weil ich glaube, der Markt ist natürlich auch eingeschränkt. Die ganz guten Spieler wollen natürlich nicht in die zweite Liga und selbst wenn du jemanden, ich weiß es jetzt nicht, in den Top-Stürmer, der jetzt zum HSV oder zu... Da sind wir auch keine Option. Genau, selbst wenn wir das Doppelte bieten, selbst wenn wir das Doppelte bieten würden, würde der wahrscheinlich nicht zu uns kommen, weil der sagt, ich will aber vor 70.000 Leuten spielen, ich will aber aufsteigen, ich will aber das und das. Deswegen glaube ich, wir haben für unsere Verhältnisse den maximal guten Kader aufgebaut, da sind wir trotzdem noch Abstiegskandidat, aber es ist ja kein Fußballmanager-Spiel. Und beim Fußballmanager würden wir jetzt ein bisschen Spaß reinzubringen, absteigen, weil wir keine drei afrikanischen Spieler integriert haben, Jugendspieler. Vielleicht, ja, vielleicht. Weil das die Voraussetzung war. Ich finde es auch definitiv so, wir sollten vielleicht noch ein bisschen was auch sparen, nicht nur, um das später dann irgendwie nochmal zu investieren in Infrastruktur, sondern auch, um eventuell im Winter reagieren zu können, falls irgendwas ist. So eine Kreuzbandverletzung kann ja jeden irgendwann nochmal treffen und dann, wenn du einen Stammspieler hast, der dann ausfällt, dass du im Winter noch reagieren kannst. Aber ansonsten solltest du auch immer noch die zweite Liga als etwas Positives sehen, als etwas, was nicht selbstverständlich ist und da auch einen Mehrwert ziehen. Das sollte kein in die Tasche arbeiten und alles, was wir haben, wieder ausgeben sein, wie es ja ganz andere Vereine machen. Soweit sind wir noch nicht. Soweit können wir aber bald vielleicht sein. Genau, also ich meine, jedes Jahr zweite Liga ist, ja, wir haben eine 75-prozentige Eigenkapitalsquote, kein Verein in der Profiliga hat so eine gute Eigenkapitalsquote. Wir werden sicherlich auch wieder, und wenn es nicht die Welt ist, aber lass es 250.000 bis 500.000 Euro zurücklegen für einen möglichen Abstieg, dass du in der dritten Liga gleich wieder sinnvoll ist. Was ja auch absolut sinnvoll ist. Absolut sinnvoll. Du kriegst ja diese Sicherung, die es da gibt, für die Zweitliga-Absteige, auch nur ein Jahr. Jetzt stell dir vor, es klappt nicht beim ersten Mal, ja, also es schaute Sandhausen an, was die jetzt da wieder für Spiele abgeben mussten, plötzlich, weil sie halt diesen erzwungenen Aufstieg eben nicht geschafft haben. Von daher ist es einfach absolut sinnvoll, dass du dir als Jan Regensburg Rücklagen bildest. Genau, dass du auch mal, blöder, blöd gesagt, fünf Jahre dritte Liga überlebst und trotzdem dann nicht nur den Jugendkader wie Unterhachingel aufbauen musst, obwohl mir der Weg teilweise auch gefällt, auch wenn er manchmal komisch ist. Ich meine, die leihen jetzt einen Spieler nach Ulm aus, also als Drittligist, erklär das mal. Wir haben doch als Zweitligist auch, war das der Tarnhammer nicht, den wir dann von Ingolstadt bekommen haben oder so? Ja, genau. Also ja, manchmal gibt es schon komische Sachen, aber die werden schon wissen, was sie da tun. Ich glaube, die Folge war ganz witzig, auch wenn wir jetzt nicht immer nur über ein Jahr gesprochen haben, sondern auch mehr über die Liga, das machen wir sonst nicht, aber ich finde, das hat sich jetzt angeboten, aber von dir würde ich noch ganz gerne Prognose wissen, wie hoch ist unsere Abstiegswahrscheinlichkeit? Wahrscheinlichkeit? Oh Gott. Oder glaubst du, dass wir absteigen? Natürlich können wir absteigen, also ich glaube, dass viel vom Saisonstart abhängt, viel vom Glück abhängt. Wir zählen definitiv zu den Abstiegskandidaten, aber sagen wir mal so, Platz 13 ist möglich. Ja, das ist doch eine Ansage. Wird uns auch, meine Lieblings, ich muss es reinbringen, tut mir leid, auch wenn ich gleich wieder darauf angesprochen werde, wenn die Leute die Folge hören, Fernsehgeldtabelle, da sind wir noch nicht abgeschlagen letzter, weil wir da noch vier Jahre drin haben und ja, Platz 13 wird uns auch noch helfen bei der Fernsehgeldtabelle und dein Lieblingsthema, wir wären im Profitopf des DFB-Pokals. Ja, das wäre mir sehr wichtig, tatsächlich, auch wenn das immer nur auch wieder Zufall ist, wenn wir da irgendeinen Verein bekommen, der in der fünften Liga kickt und das dann trotzdem schlägt, ja, aber trotzdem wäre das einfach enorm wichtig, weil es die Wahrscheinlichkeit erhöht, in die zweite Runde zu kommen. Jetzt Bochum, das DFB-Pokalspiel ist natürlich undankbarer Gegner, aber natürlich auch einer, den wir schlagen können, wenn es gut läuft, aber natürlich sind die wieder Favorit, ja, und diese zweite Runde im Pokal bringt uns einfach auch so viel. Ja, das ist ja nochmal die Einnahmen verdoppelt, meistens noch einen attraktiveren Gegner, der das Stadion vollmacht. Bochum, kann ich mir vorstellen, dass es nicht mal richtig ausverkauft ist. Nein, das glaube ich auch nicht. Da hast du auch wieder die Problematik, dass die VIP-Tickets von der Saison nicht im DFB-Pokal zählen und dann ist der VIP-Bereich fast nicht ausgebucht, obwohl das ja die richtigen Kohlen bringt. Ja, kauft euch VIP-Tickets für Bochum, damit es im Fernsehen nicht wieder so aussieht, als wenn das Stadion leer. Aber das ist ja kein Live-Spiel. Überall in der Konferenz halt. Ja, in der Konferenz vielleicht, aber auch als Einzelspiel wird sich das glaube ich niemand antun, der nichts mit dem Jan oder Bochum zu tun hat. Ja, vermutlich. ich habe jetzt die erste Hunde nicht im Kopf, aber es gibt glaube ich weniger Spiele, die für den neutralen Zuschauer weniger attraktiv sind als Jan Regensburg gegen den VfL-Bochum. Ja, ich glaube aber irgendeiner von diesen Retorten-Vereinen spielt auch noch gegen einen anderen Retorten-Verein, aber das habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut bei der Auslosung, dass das auch ein schlechteres Duell ist als unseres. Na, ich finde Bochum mega sympathisch. Das ist halt so eine alte graue Maus, aber es ist halt trotzdem ein Name im Fußball, im Fußball-Deutschland. Ein Malocher-Klub. Definitiv. Und ich bin gern nach Bochum gefahren. Ich war schon ziemlich oft da mit dem Jan. Schöne Stadion, ja. Definitiv. Ja, so ein richtiger Kessel und ja, und auch diese Schnauze von den Leuten, das ist so geil. Also die haben, ich weiß noch, im Medienbereich haben die tatsächlich auch ja eine Art Bar. So eine ältere Dame bringt dir dann dein Getränk und deine Currywurst oder macht oder hilft dir dabei. Und ja, die ist halt auch so eine Originale. Also sowas ist schon immer geil. Solche Kult-Clubs sind der Hammer, auch wenn sie nicht immer die größte Strahlkraft haben. Aber ich war auch sehr gerne in Bochum. Ja, aber allein VfL Jesus oder so. Haben wir dann nicht auch irgendwie fast unser, damals unser Nicht-Abstieg klar gemacht in irgendeiner Saison? Ich kam mich an so eine richtig geile Parkplatz-Party mit der Mannschaft, wo dann der Kasten wir vor dem Bus stand und alle eine echt gute Laune hatten oder was so eine, oder was. Das kann sein. Oder was, das letzte Spiel vor der Winterpause. Ich habe jetzt zwei andere Spiele eher im Kopf. Das war das eine Spiel in der, vorhin schon angesprochenen Zweitligasaison damals 2012, wo wir dann mit Franz Muder gespielt haben und 2 zu 0 gewonnen haben, wo Markus Marz auch dann vom ganzen Stadion ausgepfiffen worden ist, weil er seinen Gegenspieler so provoziert hat, dass er seine rote Karte bekommen hat. Das Spiel werde ich nie vergessen. Das war hammergeil. War, glaube ich, der einzige Auswärtssieg dann in der Restrückrunde. Und ich habe dieses Spiel in Erinnerung am letzten Spieltag der Saison 17, 18, glaube ich, wo wir dann den vierten Platz am Ende noch verkackt haben. Oder war es der vorletzte Spieltag? Ich weiß gar nicht mehr. Da haben wir auf jeden Fall gegen Bochum verloren und hätten dann am Ende noch Vierter werden können. So sind wir dann Fünfter geworden. Die beiden Spiele sind jetzt ein bisschen präsenter. Ja, mein anekdotisches Gehirn weiß nicht, wann es genau war. Aber es war trotzdem eine geile Stimmung damals vor dem Mannschaftsbus. Und da waren die Spieler alle wieder sehr nahbar. So wie es jetzt auch wieder ist. In der Abstiegssaison hat es mich sehr genervt, dass auch ich persönlich überhaupt gar keinen mehr gekannt habe, außer Benel Sala. Und ja, und jetzt ist es wieder so, keine Ahnung, ich gehe zum Trainingsgelände, die Leute begrüßen dich, die freuen sich, wenn sie dich in der Mixzone sehen. Das ist halt wieder familiär. Und Jan-Familie wird wieder seinen Namen gerecht. Ich fand, bei der Abstiegssaison war Jan-Familie jetzt ein bisschen heuchlerisch. Aber es ist auch schon anderthalb Jahre her. Ja, aber du weißt, ich habe so ein Elefantengedächtnis, wenn es ums negative Erlebnisse geht. So wie der Andi Lautenschlager noch weiß, wann wir mal einen Pfostenschuss hatten vor 30 Jahren und deswegen nicht gewonnen haben. Okay, das wüsste ich auch nicht mehr. Aber du bist der DFB-Pokal-Experte. Wer hat den letzten Neufmeter verschossen? Puh. Das muss gegen Rostock gewesen sein. Ich kann mich nur noch an Hofrat erinnern, aber das ist schon zu lang her. Na, ich weiß nicht, wer den letzten verschossen hat. Ja, bestimmt hatten wir gegen Rostock, äh, hatten wir gegen Hamburg einen Alphmeter. Boah, jetzt habe ich, jetzt habe ich ein Quatsch-Thema aufgemacht. Meinst du im DFB-Pokal oder allgemein? Nur DFB-Pokal. Ja, das, das muss ja gegen Rostock gewesen sein, das ist im Elfmeterschießen ja rausgeflogen. Ach ja, stimmt, das ist im Elfmeterschießen rausgeflogen. den du niemals kriegen darfst. Ja, stimmt. Und dann der Kolke, der da abgegangen ist von der Hans-Jakob-Tribüne. Ja, zu Recht, weil wir ihn die ganze Zeit beschimpft haben. Okay, alle Kamellen, aber trotzdem immer wieder geil, sie auszupacken. Deswegen, lasst uns diese Olle-Kamellen-Ding. Hat mich auch sehr gefreut, dass Hut hat gesagt, er hört 1889 FM. Oh, Grüße an Elias Hut. Grüße an Elias Hut und die Eltern von Jonas Bauer sind sehr große 1889 FM Fans auch. Oh, gut, dass ich nicht gesagt habe, weil wenn ich über den Kader gesprochen habe, dass ich mir sehr viel erwarte von Jonas Bauer in diesem Jahr. Ja, ich glaube, deswegen sind sie ja auch uns fröhlich gestimmt oder froh gestimmt, weil ich ja auch ein sehr, sehr großer Jonas Bauer Fan bin. Ja. Und ich hoffe auch, dass der, ja, die zweite Liga aufmischt, den Vertrag bis 2035 verlängert und, und ja, ein Urgestein wird wie Olli Hain und Fassel nach Rainer und so. Also, Grüße an alle. Gleich kommt noch der Unterstützer-Dank und danke Tobi, war eine sehr geile Folge, finde ich. Sehr gern, bis bald. Servus. So, heute mal wieder ein etwas ausführlicher Unterstützer-Dank. Vielen Dank an alle, die Geld haben springen lassen und natürlich auch an alle, die 1889 FM hören, weiterempfehlen und so zu dem, ja, doch großen Erfolg der letzten Jahre beitragen. Ich bin immer wieder überrascht, wie gut das klappt. Ihr helft mir damit wirklich sehr. Mittlerweile ist es auch ein gar nicht so unbedeutender Teil meiner Einnahmen, rettet mir am Ende des Monats sehr, sehr auf den Arsch, wenn ich dann doch noch mal hier die Krankenkasse zahlen muss, dort noch ein bisschen Miete, hier noch ein Abo für eine Software, weil, wie gesagt, mein restliches Selbstständiges Leben ist nicht immer planbar und deswegen ist es schön, dass da über 1889 mittlerweile relativ kontinuierlich ein bisschen was reinkommt, was mir eben ein Polster schafft und nicht immer gleich mich in die private Insolvence stürzt, wenn mal ein Kunde nicht zahlt, wie aktuell. Das müssten jetzt alle sein, vom 11.6. bis heute, also von der Saisonabschlussfolge bis heute, die Spenden, die eingegangen sind, sind natürlich ein bisschen weniger als beim Aufstieg. Beim Aufstieg war dann die Euphorie auch so groß, natürlich, dass ein bisschen mehr Spenden eingegangen sind, aber ich bin zufrieden, also ich will mich nicht meckern. Bastian, fettes Merci wieder an dir. Du hockst vielleicht jetzt in deinem LKW und freust dich, dass du genannt wirst. Der Heiko hat was springen lassen. Claudia schreibt, esst mehr Senf, mehr Robert am Wurststand, bedeutet mehr Tore. Ja, wer heute zugehört hat, weiß, worauf sie anspielt. Der Kai und die Anja haben gespendet, danke dafür. Paul und Sonja aus Wilshofen, wieder unsere Dauerspender und immer sehr, sehr großzügig danke, Paul und Sonja. Der Lukas hat was springen lassen und natürlich an alle Dauerspenderinnen und Dauerspender und alle Menschen mit Steady-Abos. Sehr fettes Bersi, ihr werdet ja namentlich so gut wie nie genannt, aber eure Daueraufträge sind natürlich auch sehr, sehr wichtig für mich. Also, Merci dafür und dann auf eine geile Zweitliga-Saison auch mit 1889fm. Ich hoffe, euch hat es bisher gefallen, was wir, oder was ich gemacht habe vor der Folge. Nächste Woche, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, gibt es vielleicht auch noch eine kleine Vorschau-Folge mit Bochum, Weg am DFB-Pokal. Ist ja immer noch was Besonderes, hoffe ich, auch für euch. Wie ihr mich unterstützen könnt, bekommt ihr natürlich in den Shownotes zu lesen. Einfach da draufklicken, da ist dann die PayPal-Adresse oder die Banküberweisungsadresse oder schließt ein Steady-Abo ab. Steady hat ein bisschen mehr Gebühren, als wenn ihr zum Beispiel über Banküberweisung was springen lasst, aber dauerhafte Einnahmen sind auch gut und ja, eigentlich hatte ich so ein bisschen auch die Hoffnung, dass das dann ein bisschen mehr motiviert, wenn der Zähler nach vorne geht, aber die Steady-Abos sind eher rückläufig, aber macht eigentlich nichts, weil dafür die Dauer-Abos ja, positiven Trend haben. Also, es geht nach oben und nicht nach unten mit dem Podcast. Das ist schön. Wie gesagt, jetzt, was wollt ihr noch erwähnen? Ach ja, und alle, die neu zum Spenden kommen oder auch jemand, dem die Sticker ausgegangen sind, wenn ihr mehr als 5 Euro spendet und eure Adresse im Überweisungsbetreff oder eben im PayPal-Betreff angibt bei Steady, könnt ihr mir eine Nachricht schreiben über Steady selbst oder schreibt es einfach per E-Mail an die Adresse im Impressum und dann bekommt ihr ein ganz kleines Sticker-Paket zugeschickt, so 10 bis 12 Stück, so viel, dass gerade noch das Porto reicht. Also, ein kleines Dankeschön für alle, die das Projekt finanziell unterstützen. ale, WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR